Liebes Tennis Deutschland, zusammen mit der Firma Yonex holen wir die Weltanlisten Erste und Tennis Point Markenbotschafterin Angie Kerber nach Deutschland, um genauer zu sein nach Hamburg, um noch genauer zu sein am 16.11. Denn wir verlosen ein Meet & Greet und das ist das Ding, da könnt ihr noch teilnehmen, aber nur noch bis exakt heute um 23.59. Also bitte ein bisschen geschwind drangehen und das Ding merken oder liken oder teilen, falls ihr wollt, dass ein Freund gewinnt und und und. Dazu kommt aber, dass das Ganze eine Live-Veranstaltung wird. Wir haben da einiges an Ideen in petto, auch das Vorbeikommen an sich lohnt sich und sich das Merken, wo das stattfindet, auch schon mal sehr gut. Ansonsten kann ich nur sagen, ich wünsche euch einfach viel Erfolg dabei, viel Glück in dem Fall, wenn ihr mitmacht, teilt das Ding, das lohnt sich und mit ein bisschen Glück sehen wir uns dann auch in Hamburg. Viel Glück dabei!